Die Benediktinerinnenabteil St. Gertrud ist ein Kloster der Benediktinerinnen in Tettenweiß-Diözese Passau, das in einem Schloss der Grafen von Ione entstand. Geschichte Das ehemalige Hofmarksschloss am Ortsrand von Tettenweiß wurde im Jahre 1797 von Graf Franz Xaver Peter von Ione anstelle eines bescheidenen Vorgängerschlösschens erbaut. Dieses Schloss kaufte 1896 Graf Max von Löwenstein-Schafeneck, veräußerte es aber schon 1899 an das Kloster Frauenkiemsee, das dort noch im gleichen Jahr ein benediktinisches Tochterkloster gründete. Ab 1902 wurde das Anwesen im neuromanischen Stil weiter ausgebaut. Die Klosterkirche entstand 1949 die Erhebung des Priorats St. Gertrud zur Abtei erfolgte am 28. Oktober 1924. Erste Äbtissin war die bisherige Priorin M. Editha Garselhuber. Seit 1987 ist das Kloster Mitglied der neu gegründeten Föderation der bayerischen Benediktinerinnenabteien. Tätigkeiten Die Benediktinerinnen von Tettenweiß betreiben heute einen Kindergarten, ein Gästehaus und einen Klosterladen, eine Steppdeckennäherei, ein Wachsatelier und die hauseigene Nudelproduktion sichern zudem den wirtschaftlichen Bestand der geistlichen Gemeinschaft. Äbtissinnen Bernada Amtmann 1899, 1903 bis 1916 Editha Garselhuber 1925 bis 1941 Michaela Haberberger 1941 bis 1967 Emanuela Eichinger 1967 bis 1992 Oktober 1928 bis﹑ Norddeutschen Schwe Tobit Wir machen und D existence owners Sind